So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. So, ich wollte ihn mal gerade ausreden lassen, bevor ich mich auch noch dazu melde. Und ich musste gucken, wer ich bin. Ich bin hier unser Langbein. Ja genau, ich bin nämlich heute mal die feine Dame, die sich unsichtbar machen kann. Kann die eigentlich auch fliegen? Ich glaube, die kann nicht fliegen, ne? Ich meine schon, oder? Ich weiß gar nicht, ob die Unsichtbare fliegen kann. Warum bleibt er hier stehen? Okay, so, wir müssen zum Helicarrier. Das heißt, irgendwo gibt es hier so einen Punkt, wo man hochfliegen kann. Ah, hier. Ja, genau, das sieht gut aus. So, wo bist denn du? Ich muss mal auf die Karte gucken. Ich bin dem Coolchen gefolgt. Da vorne rechts ist das. Ich seh's schon. Aber ich glaube, da musst du dran, oder? Kann ich da was machen? Oh, ich habe gerade mal geguckt, ob mein Motor alles okay ist. Ich habe mich kurz unter das Auto gelegt, so. Huh? So, was ist denn hier? Aha. Äh, zum Helicarrier müssen wir, oder? Ja, ja. Gut. Das darf ich dann auch mal. Ah, das muss jeder einzeln machen. Könnten wir getrennt agieren, tatsächlich? Das ist ja cool. So. Zum Helicarrier. Die Lage sieht nicht gut aus, sagt er. Was sollen wir denn tun? Müssen wir mal gucken, was hier los ist. Auf meiner Karte unten sehe ich hinten so ein kleines Zielkreuz. So ein kleiner Zielfahne. Ich weiß nicht, was da sein soll. Was wir da irgendwie machen können. Ah, das Rennen. Aber das Ziel ist, glaube ich, dieses springende Ding da. Aber ich weiß nicht. Ich habe ja hier auch einen Pfeil, der hinzeigt, wo ich hin soll. Echt? Ich hatte keinen. So, hier. Aber hier sind wir ja angekommen eben, ne? Ja, genau. Vielleicht müssen wir runter. Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Ach so, wegen dem Ding hier. Können wir dann hier rein? Ich kann mich ja jetzt unsichtbar machen. Hm, warum sollte man hier... Also wenn du da jetzt weiter rechts läufst und dann hier so... Ach, dass man da hochklettern kann. Hier ist auch irgendwas noch. Da waren wir ja noch nicht. Dann können wir uns ja gerade ein bisschen umgucken. Ach, da. Ach, komme ich da sonst nicht hoch? Mal gucken. Oh, ich komme da auch hoch. Hm, dann verstehe ich nicht, warum man sich da unsichtbar machen soll. Okay, vielleicht ist er hier oben bei dem Platz. Mal gucken. Oh, das sind auf jeden Fall noch schöne, schöne Steine. Ich vermute, dass wir runter in die Basis müssen. Irgendwie so, ja. Ah! Oh. Oh, entschuldige. Oh, den wollte ich nicht hauen. Ah, hier ist wieder Feuer. Na, natürlich ist hier wieder Feuer. Immer, immer brennt es hier. Keine Ahnung warum. Ich warte mal hier auf dich. Ist aber von irgendwann irgendwie ein bisschen hakelig. So. Gibt gar nicht mehr so viele Steine tatsächlich. Einen schönen blauen und der Rest ist alles irgendwie... So. Okay, so. Wo bist du? Hier vorne. Ah. Ja, hier müssen wir auch irgendwie rein. Dann gehen wir doch mal ins Innere. Und schauen mal. Da ist übrigens auch ein Pfeil, der unten zeigt. Ich bin mal gespannt. Dann mach mal. Uhu. Auch nicht schlecht. Wir haben alle Daten von S.H.I.E.L.D. Agenten und Avengers weltweit ausgewertet und können mit Sicherheit sagen, dass Dr. Doom definitiv Böses im Schilde führt. Ich weiß, das hilft uns nicht wirklich weiter, aber immerhin ist es ein Anfang nicht wahr. Also definitiv Doom. So viel wissen wir schon mal. Uns steht jeden Augenblick eine planetarische Katastrophe bevor, wenn wir Dr. Doom nicht aufhalten. Wir müssen ihn stoppen. Meine Zeit ist gekommen. Bald werden sich alle Erdbewohner vor Doom verbeugen. Die Erde. Sie ist so ein wichtiger Teil meines Racheplans. Danke. Aber das mit dem Rächen übernehmen wir schon. Und sieh mal, Loki und sein Freund haben eine große, gemeine Megawaffe. Ihr Einfallspinsel habt keine Ahnung, welche Gefahr euch droht. Ich habe diesen Doom Ray entwickelt, um den Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Natürlich auch, um jeglichen Widerstand gegen meine gütige Herrschaft niederzuschmettern. Die Erde, wo vor zu bewahren? Ich halte sie auf. Du machst meine Waffe fertig. Eine hervorragende Idee. Wir Narren. Ich bin dir der Herrscher. Hey hey, spinnenartige Agilität zu euren Diensten. Du kannst mich unmöglich allein besiegen. Wer sagt, dass er allein ist? Jetzt geht's nicht rund. Ich habe zu tun. Glaubst du, Dr. Doom und Loki sind die Sorte von Typen, die sich die Macht teilen? Nicht im geringsten. Aber das könnte für uns ein Vorteil sein. Was für ein Feigling einfach. Bitte? Was für ein Feigling. Ja, ne? So ein bisschen. So, hinten ist irgendwas zum... Wo ist denn Iron Man? Haben wir den dabei? Den habe ich eben gesehen. Deswegen wundere ich mich gerade, wo der ist. Vielleicht sind die eine Etage weiter hoch. Und wir kriegen die ja später. Okay, kann ich das mit ihr machen? Weil hier hinten ist ein goldenes Ding. Und da sie ja Blitze hat, vielleicht... Die Fackel haben wir nicht dabei. Ah, die ist wie Thor. Ne, das geht leider nicht. Weil hier ist so ein goldenes Ding. Und das würde ich gerne kaputt machen. Aber leider geht das nicht. Schade. Huh. Kann man ja auch kaputt machen. Warum eigentlich nicht? Genau. So, ich flieg dann mal hier hoch. Süd. So. Mann, da werden brauchen wir denn so viele Treffer. Au, wow. Dann wer hat mich gerade zerlegt. Unsinn, Kribbett. So, ich glaube hier vorne kann man speichern. Wo denn? Moment, ich bin gerade um... Ah, ich bin auf dem Weg. Oder auch nicht. Bin runtergefallen. So, was ist das denn hier? Achso, ne, doch nicht. Kann man denn hier nicht nach oben steigen? Kann ich nur so leicht? Ne, du kannst normalerweise auch hier mit den Wandspringen so. So, so. Ja, ja. Oder macht sie das nicht? So, kann ich bitte wieder landen? Die landet nicht. Das ist ja blöd. Jetzt läuft sie wieder, genau. Jetzt ist sie gelandet. Achso. Dann machen wir das mal mit Spider-Man. So. Hier oben muss sie, glaube ich, hin, ne? Das sieht aus wie... Ne, sieht nicht aus wie... Ja, ich glaube schon. Oder wir können einfach hier rüber. Das weiß ich jetzt nicht. Ich komme hier leider nicht nach oben. Ah, da ist was zum Bauen. Vielleicht müsst ihr einfach nur hier rüberkommen. Die anderen werden ja bestimmt dann hinterher... Da ist ja auch ein Schildschalter auf jeden Fall. Ja, genau. Hast du das schon aktiviert? Ne, kommt sofort. Oh. Irgendwas gesammelt. So. So, mal gucken, was jetzt passiert. Aha. Aha, aha, aha. Ah. Okay, da kann ich auf jeden Fall was mit Strom machen. Oh, okay. Was ist denn dieser Schalter? Ach, da. So, hat das jetzt funktioniert? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Ah. Sieht gut aus. Da oben ist eine Ampel, glaube ich. Ach, da im Feuer, ja? Moment. Captain America müsste dort mit dem Schild auf den Boden und dann... Ach, der macht das automatisch auf den Boden. Ja, genau. Hey, super. Kann ich da runter springen? Ich sehe das hiervon nicht. Okay, ich kann. Das Ding hier sieht irgendwie so kaputtbar aus. Das hatte ich oben auch schon mal. Das ging leider nicht. Das hat da vorne, ja. Okay. Achso, mit B. Oh. Okay. Okay, so, was ist das da? Spider-Man? Glaube ja. Ne, Captain America. Moment. Weil da ist so ein... Jawohl. Ah, gut gesehen. Was macht das Ding da? Ich habe keine Ahnung. So, nu. Ah, Spider-Man, glaube ich, glaube ich, ne? Hier ist so ein rotes Ding. Oh, warte mal. Ah, nein, auf B. Okay, so. Jo, jetzt habe ich gar nicht gesehen. Ah. Du hattest rechts, es geht tatsächlich kaputt. Mhm. Ich denke rechts. Rechts? Da ist zwischen dieses Ding da. Perfekt. Ach, guck mal. Die Ampelkinder. Die Ampelkinder. Hey. Kein Grund, hier an der andere zu machen. Muss wahrscheinlich aber irgendwer durchbrennen, oder? Da hinten. Na, hier muss ich erstmal schlagen. Ah, da, ja. So, das ist das Ding wieder zugegangen, wo die Ampel drin war. Das ist aber gemein. Ja, deswegen meinte ich, vielleicht muss da irgendwer dann Kräfte walten lassen. Mhm, möglich. Oder man kann irgendwas bauen. Weiß ich nicht. Was ist das hier? Ja, das ist so silbern und glitzert. Ich glaube, da muss man... Ich probiere mal gerade was. Moment. Okay, warte mal. Kann ich ja nicht drauf springen auf dieses Ding? Auf dieses hier vorne, ja? Nee, das geht nicht. Scheiße, da verliere ich nur Steine. Ah, ich wollte doch hier auf diese Britsche springen. Ah, oder so. Genau, so, bitte mal landen. Wie landet die denn? Achso, nee, so. Oh, sehr gut. Also doch. Wie hast du das jetzt gemacht? Also doch noch rüberkommen. Ich habe einfach ein Blitz hingeschossen. So, jetzt. 2 von 10. Und dann komme ich schon wieder zurück, so. Okay, so. Nu, was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, einfach nach oben und dann gucken. Ah, oder so. Ah, Mr. Muskel ist hier ja vonnöten. Mr. Muskel. Muskel John. So, guck mal her. Kennt man vielleicht noch von Alexander Markus, ne? Alexander Markus? Ja, der Homo-Dance. Ach. Der ging mit Muskel John. So. Können wir? Ja, ich musste den gerade noch an die Wand klatschen. Achso, okay. Und los geht's. Mist, ich wollte mich ausreden lassen, ich ja. Oh. Ach, der macht die einfach kaputt. Aber ich krieg die nicht kaputt. Nee, tut sich nichts. Vielleicht mit Captain America rück, 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 zurück schleudern. Ne, mit dem Schild. Oh, ist schon weg. Ah, okay, sehr gut. Okay, warte. Wir haben doch jemanden, der ein bisschen schweben kann. Die Flatterfrau? Genau. Ah. Hallo? Ich hänge hier fest. So, der genießt die Aussicht. Oh, es waren schon wieder diese Dinger. Hallo? Ich kann gar nichts machen. Wir sind hier voll am Ballaton. Ah je. Ich konnte mich gar nicht wehren. Ah, geht aber doch kaputt. Mal eins. Weiß nicht, warum das nicht kaputt geht. Ich kann da irgendwie nicht draufschlagen. Das ging ja eben auch nicht bei dem einen sofort. Sonst macht doch erstmal diesen Schalter da vorne auf. Und dann kann der Hulk das machen. Oder der, wie auch immer er heißt. Ding, glaube ich. Hm. Ich kann das nicht kaputt machen. Nee, das heißt einfach nur das Ding. Das ist nicht Hulk. Ah, okay. Mit Storm komme ich absolut nicht zurecht. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mit der aber auch Probleme. Ja. Jetzt das Ding kaputt. Nee, ist nicht kaputt. Ah, also. Nee, ich bin kaputt gegangen. Nicht das Ding. Ach so. Jetzt. Jetzt aber. Ich wollte das sagen. Irgendwie muss das doch gehen. Spider-Man bitte. Was ist er denn? Ach, da unten. Faule Kerl. Mein Spinnensinn kribbelt. Oh. Ah. Okay. Storm. Da muss ich wieder hoch. Ja, ne? Das und hier erstmal ein bisschen Power. So, jetzt müsste ich hier eigentlich. Oder so. Ah, wir müssen erstmal einen Transformator bauen. Okay, alles klar. Jetzt darf ich. Jetzt dürfte er auch nach oben. Genau, wunderbar. Super. Wo ist denn Spidey? Ach, da. So, wo bleibt denn hier? Das Ding kommt irgendwie nicht hinterher. Naja, egal. Der wird schon kommen. Ich hole den mal. Was ist das? So, da ist er. Sehr schön. Dann fahren wir halt Mercedes. Oh Mann, ey. Ich wollte das Ding hier kaputt machen. Irgendwie. Vielleicht kann ich das ja zurück schleudern, wie du gesagt hast. Warte mal. So, geht auch. Ja, gut, dann nicht. Habe ich mir Arbeit gespart. Genau. So. Ich denke, das müssen wir drehen, dass diese Telefonhörer hier runterkommen. Ich denke auch, ja. Da gehen wir mit Spider-Man da hin. Ah ja, jetzt. Falsche Richtung. Dann kann ich nämlich hier unten drehen. Kannst du den wahrsten Sinne des Wortes am Rad drehen? Ja, ich glaube auch. Ja, das sieht gut aus. Das gibt so ein, so ein Drehding, wo du gegenlaufen musst. Genau. Jetzt? Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nochmal. Wo bin ich denn? Ach, da. Dann gucken wir mal hier drüben. Was macht er denn jetzt hier? Meine Güte. Ah. Hui. Aha. Äh, ja. Ah. Warnung. Türmechanismus aktiviert. Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Hahaha. Jetzt, dass Sie gesagt haben, dass man die nicht öffnen soll, will ich jetzt das Recht tun. Ah! 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 Oha, okay. Wir müssen wieder... Das ist ja alles für Schrott rumfliegt. Wahnsinn. Mhm. Oh, da gibt es die blauen. Scheiße. Hab ich nicht gekriegt. Kommen bestimmt gleich nochmal welche. Ich denke auch. Achso, da geht es wieder rein. Hahaha. Puh. Guck.